Im ersten Teil unserer Filmserie haben wir mit Vectorworks Interior Cut einen Grundriss gezeichnet. In diesem Grundriss wird nun eine Thekenanlage geplant. Zunächst zeichnen wir uns mit einigen Geraden die Außenmaße der Theke ein. Die runde Wand wird nun durch Ziehen mit der Maus bis zur vordersten Linie verlängert. Entlang der mittleren Linie wird dann die so entstandene Wand wieder geteilt. Die Form der ursprünglichen Wand stellen wir wieder her, indem wir sie einfach mit der Maus zurück an ihren Ursprung ziehen. Um die bei der Teilung entstandenen schrägen Enden wieder passend zu machen, verwenden wir das Werkzeug Wände schließen. Die Hilfslinien können nun gelöscht werden. Die neu erzeugte Wand hat nun bereits denselben Radius wie die Trockenbauwand, ist aber noch mehr schalig. Um die Wand in eine einfache Geometrie umzuwandeln, mit der wir anschließend leichter entwerfen können, werden zunächst die Schalen gelöscht. Die Höhe wird nun auf 1,20 Meter angepasst und für die Plandarstellung wird noch ein Abschluss eingefügt. Nun können wir die neu entstandene Wand als Anschlusselement für unsere Theke verwenden. Da wir die weiteren Bearbeitungsschritte innerhalb einer freigestellten Gruppe durchführen, markieren wir uns vorher den Bezugspunkt der Raumöffnung mit einem Hilfspunkt. Dieser wird dann mit der Anschlusswand gruppiert. Gruppen können in Vectorworks Interior Cut genutzt werden, zum Beispiel um die Übersichtlichkeit der Zeichnung zu erhöhen. Dabei kann gewählt werden, ob die Gruppe vollständig isoliert wird oder ob Elemente außerhalb der Gruppe in Grau dargestellt werden. Bei Darstellung der Objekte außerhalb der Gruppe stehen alle Fangmodi zur Verfügung. Neuerdings kann der Sichtbarkeitsmodus übrigens auch bequem durch Klick auf ein Icon in der Ansichtsleiste umgestellt werden. Für den Entwurf der weiteren Theken-Elemente verwenden wir frei konstruierte Objekte. Die Thekenfront soll 60 mm von der Vorderkante zurückspringen. Das Koordinatensystem kann dazu jederzeit genullt werden, um mit relativem Ursprung zu arbeiten. Genauso einfach werden die weiteren Maße direkt beim Zeichnen eingegeben. Visuelles Feedback in 3D erlaubt eine schnelle Kontrolle, bevor die Werte bestätigt werden. Um die Form der gebogenen Wand aufzunehmen, kann der zuvor gezeichnete Winkel nun einfach dreidimensional gegen die Oberfläche projiziert werden. Die folgenden Schritte stellen eine kleine Revolution bei der Arbeit mit Vectorworks dar. Seit Version 2011 ist es möglich, mit 2D-Objekten auf einer 3D-Oberfläche zu zeichnen. Sobald eine Arbeitsebene aktiv ist, passt sich das gesamte Koordinatensystem an und kann ebenso verwendet werden, als zeichnete man auf der Bildschirmebene. Gut zu sehen beim Anlegen dieses Rechtecks mit 3500 x 1000 mm, welches wir anschließend in einen tiefen Körper umwandeln. Der Körper kann nun verwendet werden, um eine Aussparung in der Thekenfront zu erzeugen. Dazu verwenden wir die Funktion Schnittvolumen löschen. Übrigens können in Vectorworks alle solche Operationen jederzeit in der Objekthistorie rückgängig gemacht werden. Mit dem Shell-Werkzeug wird nun aus dem soliden Block ein Objekt mit Materialstärke gemacht. Die Richtung, in die das Material aufträgt, kann natürlich auch immer noch geändert werden. Für die weitere Bearbeitung wird das hintere Theken-Element nochmals gruppiert und innerhalb der Gruppe im freigestellten Modus gearbeitet. Mit dem Drücken-Ziehen-Werkzeug wird die vordere Fläche um 200 mm herausgezogen. Da wir immer noch in der Entwurfsphase sind, haben wir bislang weder Beschläge verplant noch auf konstruktive Details geachtet. Dies kann sowohl während als auch nach Abschluss der Entwurfsphase getan werden. Denn die Objekthistorie hat ja sämtliche Bearbeitungen aller gezeichneten Objekte gespeichert. Für die Unterschränke verwenden wir den Interior-Cut-Korpus-Generator. Korpus-Objekte sind äußerst vielseitig und können sehr flexibel verwendet werden. Nachdem der Einfügepunkt festgelegt ist, wird ein Standardschrank in die Zeichnung eingesetzt. Auch hier müssen während der Entwurfsphase noch keine zu detaillierten technischen Entscheidungen getroffen werden. Lediglich die Funktion soll festgelegt werden. Die Größe des eingesetzten Korpus kann am einfachsten per 3D-Umformen angepasst werden. Dazu kann jeder der blauen Griffe einfach an einem bestehenden Objekt gefangen werden. Die Lupe erspart dabei lästiges Aus- und Einzoomen. Der Sockel bekommt hinten einen Rücksprung von 220 mm. Per Klick auf die Ecken wird eine Verbindung auf Gehrung eingestellt. Nun stellen wir auf der Infopalette die Breite noch auf 450 mm ein. Für Kabelführungen wird die Rückwand oben mit einem Rücksprung versehen. Eine Tür vervollständigt den ersten Entwurf. Auch hier müssen wir uns bis zur Produktionsphase nicht mit der Zuweisung von Beschlägen beschäftigen. Nun ziehen wir ein Duplikat aus dem bestehenden Korpus und fangen ihn am gegenüberliegenden Ende der Theke. Auch hier hilft die Lupe beim Identifizieren des Fangpunktes. Durch Ausschneiden und gespiegelt einfügen wird der Türanschlag geändert. Die Regalfächer für die Oberseite sollen oben eingefügt werden. Folglich wird der Einfügepunkt entsprechend versetzt. Jetzt kann der Korpus oben an der Innenecke eingesetzt werden. Um auch hier das Durchführen von Kabeln zu ermöglichen, wird auf einen Sockel verzichtet und die Seiten des Korpus werden bis zum Boden geführt. Das Anpassen an die vorgezeichnete Theke erfolgt wieder per 3D-Umformen. Es werden nun 8 Segmente erzeugt, die wiederum durch Böden oder Zwischenseiten aufgeteilt werden. Aufteilungsarten können dann einfach von Segment zu Segment kopiert werden. Zum Schluss wird die mittlere Seite noch nach unten verlängert, um für Stabilität zu sorgen. In diesem Film haben Sie gesehen, wie Vectorworks Interior Cut beim Entwerfen und bei der Konzeption eingesetzt werden kann. Dabei haben wir auf die freien Konstruktionswerkzeuge und auf den Korpusgenerator zurückgegriffen. Im nächsten Film lassen wir aus unserer Konstruktion eine ansprechende Kundenpräsentation rendern. Wenn Sie mehr zu Beschlägen und Bearbeitung wissen möchten, finden Sie alles hierzu im vierten Film dieser Serie.